Die Kamera 2, die läuft hier schon, wenn es auch noch testweise ist. Es ist wieder Mittwochabend und ich bin hier an der Tokyo Stock Exchange, hier in der Box sozusagen von World Market. Sie können das sehen hier im Hintergrund. Das ist sozusagen das, naja, soll man sagen, Pit, der Floor, das Parkett hier eben der Tokyo Stock Exchange. Und wir sehen hier Mano-Chan und Shimizu-san schon in Vorbereitung hier auf die Sendung at Stop Voice und World Markets. Also wir werden hier gleich über die Märkte sprechen und mal gucken, zu was es hier, naja, heute noch kommen wird. Aber ich habe das Glück, ich kann heute schon ein bisschen vorher, wie so oft eben Mittwochs, mit Shimizu-san sprechen. Und da wollen wir uns mal angucken, was er denn für heute zu sagen hat. Ich komme mal zu ihm rum, dann kann ich noch viel besser mit ihm sprechen. Und das will ich gleich mal tun. Shimizu-san, please let us know, was ist most important for today. Wir sind jetzt in ADP für August, up 237,000. I think we were looking at something like 180. This is a lot more than we thought it was going to be. This is how much of a private sector employment created for the month of August, increase of the July, 237,000. And the GDP, second quarter GDP, U.S. revised. This is the final region, 3%. This is upgraded from 2.6% to 3% at the final number. And also that was boosted by personal consumption. And so I guess economy is good and consumers are doing whatever they were supposed to be doing because they have jobs. Did they spend the money? Well, I think that's what it was. At least a second quarter GDP. They could spend a lot more if their wages are higher. But we haven't seen that yet. So, but in a reaction, dollar is getting vote. Dollar-yen is up to like a 110.30 now. And all the U.S. stock futures are indicating higher opening for today. So, after Truman, the biggest reversal there yesterday, dollar went down 130, 140, ended up 50 higher. It was about 60 points higher on a 200-day, $200 range on the yesterday. So, it was a big ride and we have a good number today. Only thing is we have, do we have the result or the, yeah, today. Will they continue? Yeah, well, today finish as it is. But, you know, it's a lot higher volatility. We may start really good, but then that does not guarantee how that we're going to end the day. So, watch out. But we have a good start today, I guess. Okay, that's some good news. I will translate this. Thanks a lot. Arigato Gesalmasta. Also, ich wiederhole das nochmal, zumindest ein bisschen auf Deutsch. Wir haben die ADP-Daten raus, also Arbeitsmarktdaten aus Amerika. Die sind gar nicht so schlecht ausgefallen. 237K, also 1000, dementsprechend wohl besser als erwartet. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber zumindest mal keine schlechte Nachricht, denn viele Jobs bedeutet natürlich, dass viele Leute Geld ausgeben können, sagt er. Je mehr Leute arbeiten, umso besser ist es. Auf der anderen Seite ist dementsprechend auch schon, also quasi als Konsequenz daraus, das GDP, also sozusagen das Bruttoinlandsprodukt von 2,6 auf, ich glaube, 3 war es, hochrevidiert worden. Sie gucken sich die Zahlen lieber selber nochmal an. Aber so in etwa. Insofern gute Nachrichten. Das Geld wird offensichtlich auch ausgegeben. Es wäre noch mehr, sagt er, wenn die Leute noch mehr Geld verdienen würden. Aber immerhin im Anschluss daran, da wurde dann auch der Dollar gekauft. Das heißt, wir haben hier steigende Kurse gesehen. Euro gegen US-Dollar beispielsweise. Auch US-Dollar gegen Yen ist der Kurs nach oben gegangen. Wir hatten das ja gestern als Trade des Tagesziel schon nach kurzer Zeit erreicht. Insofern also der Markt hier nach oben tapfer unterwegs, kann man ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es da weiter? Und natürlich auch beim Dow Jones, also bei der Mutter aller Indizes. Denn da, sagt er, hatten wir gestern einen ziemlich spannenden Tag, einen Reversal Day. Er hatte mir im Vorfeld schon gesagt, wohl der größte, ich habe es selbst nicht nachgeprüft, aber nach der Trump-Election, also der Markt, erst mal ziemlich schwach angefangen. Möglicherweise auch eben wegen der Nordkorea-Situation. Aber im Endeffekt, alles Pustekuchen. Wir hatten eine Spanne von 200 Punkten in etwa. Und gegen Ende war es, strafen Sie mich lügen, ich glaube 50 Punkte sogar noch mehr. Auf jeden Fall war es ein Reversal und das sieht gar nicht so schlecht aus. Und auch charttechnisch, muss ich sagen, ist vielleicht die Chance auf der Oberseite gar nicht so schlecht. Schickerweise habe ich eher ein positives, zumindest mal eine Vorabindikation, was den Nikkei angeht. Der ist natürlich jetzt schon zu. Sie sehen, da ist keiner mehr am Arbeiten. Hier ist es schon mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, ob Sie die Uhr hier ablesen können. Aber hier passiert natürlich jetzt nichts mehr. Da geht es morgen um 9 Uhr, sprich heute Nacht um 2 Uhr ihrer Zeit, geht es hier erst wieder weiter. Aber die Aussichten hier von dieser Seite zumindest mal nicht ganz so schlecht. Amerika, wie eben angesprochen, auch nicht. Das heißt, eigentlich könnte man damit rechnen, dass die Chancen nach oben die viel besseren sind. Ob es tatsächlich dazu kommt, das werden wir natürlich abwarten müssen. Ein paar Indikationen, die Sie verwenden können, die kennen Sie ja schon aus dem Trade des Tages. Da erzähle ich ja immer wieder ganz gerne mal, was der Markt machen müsste, um eigentlich diese Anschlusskäufe dann loszutreten. Denken Sie da dran, die Schubrichtung, wie sehen die aus? Die haben wir ja durchaus gehabt. Gucken Sie sich mal den Chart an in den letzten, naja, auf 15 Minuten Basis, die letzten vielen Stunden. Dann sehen Sie, dass wir da einen ziemlich guten Schub nach oben hatten. Wenn er jetzt ein bisschen runterwackeln würde, dann hätten wir eigentlich ideale Chancen, um dann nochmal weiter zu kommen. Tatsächlich sehe ich auch diese komischen blauen Dinger, die Sie immer mal wieder sehen. Ich hatte es schon angesprochen, hier diese blauen Balken, die wir als Chart-Signal immer wieder haben. So einen sehe ich beim Dow Index, also nicht beim Dow Future, der ja jetzt auch schon gelaufen ist, denn der ist schon ein klein bisschen nach oben raus. Beim Index sehe ich aber die Chancen eben, dass wir jetzt nach Long getriggert werden und dementsprechend auch die Anschlusskäufe noch kommen. Ob das so wird, das werden wir natürlich nachher dann sehen. Beziehungsweise Sie gucken sich das selber an, denn ich schicke Ihnen jetzt das Video, dann mache ich mal hier in dieser Sendung mit. Und anschließend sehen wir uns, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen in den Märkten. Ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gelingt, die richtigen Situationen rauszusuchen und wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Bye, bye. Bye, bye.